1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11, 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Die Bibel sagt immer wieder, dass wir Gäste und Fremdlinge sind, als Christen, als Gläubige. Gäste und Fremdlinge, was heißt das? Dass wir hier nicht zu Hause sind in dieser Welt. Wir sind hier nicht wirklich für immer zu Hause. Wir ziehen hier als Pilger umher. Wir sind Pilger, wir sind Gäste, wir sind Fremdlinge. Wir gehören nicht mehr dazu. Ja, durch das mir die Welt gekreuzigt ist. Durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Wir gehören nicht mehr dazu. Wir sind Gäste und Fremdlinge. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 11. Geliebte, ich ermahne euch, als Gäste und Fremdlinge enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Wir sind Gäste und Fremdlinge, deswegen sollen wir uns fleischlicher Begierden enthalten, die gegen die Seele streiten, weil wir eben nicht mehr dazugehören zu dieser Welt. Wir machen nicht mehr das mit, was diese Welt mitmacht. Wir machen nicht mehr diesen Nationalstolz mit. Wir machen nicht mehr komische Traditionen mit. Und hier ist das Ding, Traditionen an und für sich sind nicht falsch. Das ist nicht, was ich sage. Aber es gibt Traditionen, die wir nicht mitmachen, die auch fleischliche Begierden sind, wie zum Beispiel, lass uns mal eine Tradition ansprechen, das Oktoberfest. Das ist so eine tolle deutsche Tradition. Und wir sehen daran, wie toll Deutschland ist. Das Oktoberfest, das gibt es in der ganzen Welt. Du kannst überall Deutschland erleben. Du kannst überall Saufen erleben. Du kannst überall Nacktheit erleben. Du kannst überall Koma erleben. Du kannst überall Dummheit erleben. Du kannst überall nach Urin stinkende Toiletten erleben. Das ist unsere deutsche Kultur. Oktoberfest. Das gibt es jetzt überall in der Welt. Super. Überall in der Welt gibt es Sünde. Es ist einfach nur Sünde. Alkohol trinken ist Sünde. Und hier ist das Ding, wenn du wirklich waschlechter Patriot sein willst, an den Traditionen des deutschen Volkes festhalten willst, auf Biegen und Brechen, an aller Kultur festhalten willst, und ich sage nicht, dass alles falsch ist. Hey, ich habe Traditionen. Ich habe deutsche Traditionen. Adventskalender zum Beispiel. Finde ich super. Also, du musst dich nicht beleidigt fühlen. Aber es gibt Traditionen, die nicht mit der Bibliothek einstimmen. Dann ist die Frage, wen liebst du mehr? Willst du dein tolles Deutschland lieben? Willst du stolz sein auf Deutschland? Auf deutsche Kultur? Auf deutsche Tradition? Willst du das alles bewahren, auf Biegen und Brechen? Oder willst du zu 100% dem Herrn dienen und eben sowas wie Oktoberfest sein lassen? Dann gehst du eben nicht mit deinen stinkenden Freunden zum Oktoberfest und besaufst dich, bis du ins Koma fällst. Sondern sagst du, ich bin Christ, ich mache nicht mehr mit bei diesem Dreck. Oder ist das gegen Deutschland? Du bist nicht mehr Patriot, du bist nicht mehr einer von uns. Genau, ich bin nicht mehr einer von euch. Ich bin nicht mehr einer von euch. Ich meine, sagt die Bibel uns nicht, dass wir Gäste und Fremdlinge sind? Das sollte unsere Haltung sein, dass wir Gäste und Fremdlinge sind. Ich bin ein Fremdling hier. Ich habe hier keine Heimat mehr. Ich bin Christ. Oktoberfest ist deutsche Kultur, das ist eine Dreckskultur. Das ist eine Kotkultur, das ist eine Kotzekultur. Kot und Kotze sind biblische Wörter. Komm klar damit. Du kannst kein richtig reiner Patriot sein, stolz sein auf Deutschland, alles bewahren wollen und gleichzeitig ein eifernder Christ sein. Du musst entweder Kompromisse eingehen. Kompromisse sind natürlich keine echte Option. Was ist die echte Option, deinen Patriotismus sein zu lassen? Dich einfach nicht mehr darum zu kümmern. Patriotismus ist wie eine Zweitreligion, weil du dich eben um deinen Nationalstolz, um deine Traditionen, um alles, was dazugehört, natürlich kümmern musst. Du musst es hegen und pflegen.